ARD Text im Auftrag von Funk Alles, was sich mir in den Weg stellt, hat keine Chance. War hart. Ich musste versuchen, mit dem Samurai-Schwert umzugehen. Ich habe nichts verstanden, da war ich am Angst. Wir sind die Jäger. Wir wollen den Titel. Wir müssen auf jeden Fall wie Krieger auftreten, wenn wir ausgelöst werden. Wir wollen den Titel kämpfen, wir müssen kämpfen und man muss arbeiten, auch für die Siege. Und da geht es ja nur darum, dass man den Gegner bezwingt. Sieht verrückt aus mit dem Muster, aber da alle Schuhe dann gleich aussehen, dann hat man schon ein cooles Motto und eine Gemeinsamkeit. Und eigentlich macht das schon auch einen aggressiven Eindruck. Für mich ist der Schuh das Wichtigste. Für mich ist der Schuh das Wichtigste. Und wenn man den Titel betrifft hat, ist es kein Lieferst. Es war die Schlatter die darbecken. Angelegenheit war ich an!